Ich gebe dir heute fünf effektive Tipps, wie du in Logix Piano Roll Editor deine Softwareinstrumente bzw. die Performance deiner Softwareinstrumente noch realistischer gestalten kannst. Und zwar geht es dabei um Dynamik, vor allem um Velocity. Fangen wir gleich an mit Tipp Nummer 1. Dazu hören wir uns zunächst mal dieses Beispiel hier an. Das sind Streicher Logix Studio Strings, die ich hier programmiert habe. Das klingt jetzt schon mal gar nicht schlecht. Du hörst also, ich habe hier ein Artikulationsset Spizzicato gewählt. Das bedeutet, dass sie fast noch ein bisschen kürzer, ein bisschen abgehackter als Staccato spielen. Und du hörst auch, dass es sehr starke Betonungen gibt. Immer hier auf die 1. Und hier habe ich noch so ein paar andere Betonungen eingebaut. Viele arbeiten jetzt hier nur im Piano Roll Editor und vergessen dabei, dass der Piano Roll Editor in Logix eine eigene Spur hat, eine eigene Automationsspur bzw. eine Spur, mit der du die MIDI-Events nochmal anders kontrollieren kannst. Bei Tipp Nummer 1 zeige ich dir jetzt, wie du die Dynamik dieser Performance komprimieren oder expandieren kannst. Gehen wir nochmal zurück. Ich mache das Fenster hier nochmal zu. Das ist hier dieser Button. Und wenn du jetzt alles markierst zum Beispiel und sagst, das wäre der übliche Weg und so machen es die meisten. Ich möchte jetzt, dass die komplette Performance etwas leiser wird. Dann könnte ich jetzt hier natürlich anfassen. Ich habe hier auf Rechtsklick mein Velocity-Werkzeug angelegt und könnte alles leiser ziehen. Das ist jetzt 120. Und wenn ich das jetzt leiser ziehe, ist die komplette Performance etwas leiser. Aber es bleibt die relative Dynamik erhalten zwischen den lauten und den leiseren Noten. Ja, wieder zurück. Das kann man jetzt so machen, aber teilweise ist es ein bisschen umständlich und teilweise ist es auch immer nicht ganz so, wie man sich das wünschen würde, ein paar Funktionen fehlen. Und hier kommt jetzt unser Automationsfenster ins Spiel. Was du jetzt hier siehst, sind diese MIDI-Events auch dargestellt als so Linien mit Punkten hier am Anfang. Das beschreibt jeweils die Länge und in diesem Fall siehst du jetzt hier, mein Parameter ist hier Velocity. Das heißt also, das sind jetzt nicht die einzelnen Notenwerte, sondern das sind die Velocity-Werte der lautesten und der leisesten Noten. Was du jetzt hier machen kannst, ist im Prinzip das gleiche wie auch oben. Wenn ich jetzt hier eine einzelne Note nur anklicke und ziehe die Dynamik runter, dann kann ich die komplette Dynamik runterziehen. Das kann ich auch mit mehreren Noten machen. Aber wir wollen jetzt diese Dynamik komprimieren oder expandieren. Komprimieren heißt in diesem Fall, dass der Unterschied zwischen lauten und leisen Noten weniger hörbar ist. Oder wenn man es expandiert, dass der Unterschied bzw. die Dynamik zwischen lauten und leisen Noten größer wird. Das heißt also, dass die lauteren Noten lauter sind und die leiseren noch leiser. Und das ist natürlich hier jetzt nur mit diesen MIDI-Events ein bisschen schwierig umzusetzen. Ich habe jetzt also alles markiert und schau mal, was ich jetzt mache. Ich ziehe jetzt einfach an einer Note runter. Und jetzt siehst du schon, A wird die Performance dadurch leiser. Das wird hier auch farblich dargestellt. Aber insgesamt wird auch der Unterschied zwischen lauten Noten und leisen Noten marginal. Das heißt, man hört die nicht mehr so. Hören wir mal rein. Was wir jetzt auch machen können, ist zum Beispiel über den Velocity-Button die komplette Performance jetzt nach oben zu holen. Das heißt, insgesamt wird jetzt die Performance hier lauter. Trotzdem bleibt das Verhältnis zwischen lauten Noten und leiseren Noten anders als beim Original. Ich gehe mal zurück zum Original und du wirst den Unterschied deutlich merken. Das heißt also, mit diesem ersten Tipp kannst du die Dynamik an der Performance einschränken oder eben expandieren, also größer machen. Und das ist extrem hilfreich, wenn du Softwareinstrumente, wenn du MIDI-Instrumente realistisch programmieren möchtest. Im zweiten Tipp geht es um Crescendo oder Diminuendo. Das heißt, an der Performance lauter oder leiser zu machen. Wenn ich jetzt hier mal alles entmarkiere sozusagen und gehe hier einfach mit Rechtsklick rein, dann siehst du, dass hier sich eine Linie formt. Und wenn ich jetzt hier von unten nach oben ziehe, dann würde die komplette Performance einfach von leise nach laut gehen. Das siehst du hier auch schön dargestellt. Dann kannst du natürlich auch andersrum machen oder nicht auf den vollen, auf die volle Performance auswenden. Jetzt lässt er den hier aus. Wir können jetzt auch von laut nach leise. Und du siehst schon, du kannst hier natürlich über den Velocity-Parameter, hier über die MIDI-Events, wesentlich mehr machen und wesentlich genauer eingreifen. Das wäre jetzt hier über die MIDI-Events allein im Piano Roll Editor, also nur in diesem Fenster, nicht möglich. Aber jetzt kommt der Clou. Dieses Crescendo oder Diminuendo ist jetzt natürlich nicht so etwas Besonderes. Wir können das aber auch noch dynamisch, ups, wir können das jetzt dynamisch auch noch anpassen. Und dazu zeichne ich das jetzt nicht einfach mit einem Linksklick hier nur rein, sondern ich halte die Command-Taste gedrückt. Ich halte jetzt also die Command-Taste gedrückt und du siehst schon, dass sich dann hier das verändert. Und ich zeichne jetzt hier wieder das Gleiche ein. Und zwar passiert jetzt Folgendes. Ich schränke den Dynamikumfang der Performance immer weiter ein. Das bedeutet also, du siehst hier die lauten Noten im Gegensatz zu den leisen Noten sind hier unten sehr groß. Großer Dynamik-Bereich. Und hier oben wird es immer marginaler. Das heißt, die Performance wird insgesamt immer lauter. Und der Unterschied zwischen lauten und leisen Noten ist nicht mehr so hörbar. Hören wir mal rein. Das ist also auch hier eine richtig coole Technik, um den Dynamik-Bereich eines mehrstimmigen Satzes von Software-Instrumenten interessanter oder realitätsnah zu gestalten. Tipp Nummer drei, und das wusste ich tatsächlich bis vor ein paar Tagen auch noch nicht, ist, dass du Events nach ihrer Dynamik raussuchen kannst. Also nach ihrer Lautstärke. Nehmen wir mal an, du möchtest jetzt nur Events bearbeiten, die eine relative Lautstärke haben. Wenn du das jetzt hier raussuchen wolltest, musstest du zunächst die Shift-Taste gedrückt halten. Und jetzt konntest du hier einzeichnen per Marke. Ich hätte jetzt also gerne die beiden hier gehabt. Und wenn ich jetzt loslasse, ist das Problem, dass er alle Events darunter auch markiert. Sagen wir mal, ich möchte jetzt nur die lautesten Events hier oben. Ich halte also nochmal Shift gedrückt und gehe hier rein. Aber das Problem ist, er markiert mir jetzt alles. Ich wollte aber nur die lautesten Events manipulieren. Dazu zeige ich dir jetzt einen coolen Shortcut. Und zwar ist das Shift, Control und Option. Wenn du diese drei Tasten gedrückt hältst, und jetzt siehst du schon, jetzt habe ich hier ein anderes Zeichen, dieses wellenförmige Automationszeichen. Also jetzt kann ich, wenn ich also Shift, Control und Option gedrückt halte, jetzt kann ich hier tatsächlich nur zum Beispiel die lautesten Events auswählen. Wenn ich die Taste loslasse, habe ich jetzt nur die. Und die kann ich jetzt zum Beispiel in ihrer Dynamik runterziehen. Das ist schon mal sehr, sehr spannend. Oder ich kann natürlich auch jetzt nur die leisen auswählen. Ich drücke jetzt wieder Shift, Control, Option, ein bisschen so eine Geierkralle hier auf der Tastatur. Und ich sage jetzt, ich möchte in diesem Takt nur die leisesten hier markieren. Und ich hätte die gerne lauter. Dann kann ich jetzt hier diese leisen lauter machen. Mit diesem super nützlichen Shortcut kannst du also Events velocity basiert heraussuchen. Du kannst sagen, ich möchte nur die lauten, ich möchte nur die mittellauten oder nur die ganz leisen, um diese lauter zu machen, leiser zu machen, in der Lautstärke anpassen, was immer du möchtest. Übrigens, falls dir diese Tipps hier gefallen und du vielleicht neu bei Logic bist oder vielleicht von einer anderen DAW gerade erst umgestiegen bist und du möchtest mehr solch hilfreichen Tipps haben, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir 10 Tipps, wie du deinen Workflow in Logic Pro 11 massiv beschleunigen kannst und wie du Logic, wie du diese DAW für dich individuell anpassen kannst, sodass sie am besten zu dir passt. Das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, dann kannst du dir das runterladen. Und jetzt machen wir weiter mit Tipp Nummer 4 und da geht es um MIDI FX Plugins und auch die können dir helfen, für deine Softwareinstrumente realistischer zu gestalten. Ich gehe also hier in den Velocity Processor, das ist ein MIDI FX Plugin. Und was wir jetzt hier machen können, ist so ähnlich wie das, was ich im ersten Tipp gemacht habe, nur dass wir hier ein Plugin benutzen, das ist Compress or Expand. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Kompresso für MIDI Noten und das siehst du hier unten auch schon an den Parametern. Wir haben eine Threshold, wir haben eine Ratio und wir haben ein Make-Up. Wenn ich jetzt also die Dynamik einschränken möchte, das heißt ich möchte die lauten Noten ein bisschen leiser machen, weil mir die zu laut sind. Du hörst hier gerade die ersten Noten jeweils schon im Verhältnis zu den weiteren darauffolgenden Noten, also die Noten auf die Downbeats, eben ganz schön laut. Jetzt sagen wir mal, okay, ich möchte das einschränken. Wir sind die lauten Noten zu laut und die leisen zu leise. Ich wähle hier mal eine Ratio von 2 zu 1, das ist okay, und ziehe dann die Threshold langsam runter. Jetzt passiert noch nichts und ich ziehe die Threshold langsam runter und dann wirst du merken, dass ich den Dynamikbereich eingrenze und den kann ich da über das Make-Up, wie bei einem echten Kompresso, nachher auch wieder lauter machen, je nachdem, wie ich jetzt hier mit der Threshold arbeite. Mal. Du hörst also, wenn ich jetzt hier diesen Velocity-Processor, beziehungsweise diesen MIDI-Kompressor, so nenne ich ihn mal, einschalte, dann wird das Verhältnis, das Dynamikverhältnis stark eingegrenzt und ich kann es über ein Make-Up-Gain wieder lauter machen, wie bei einem richtigen Kompressor für Audio-Material auch. Falls du lieber mit Automation arbeitest und du findest hier ein bisschen komisch, mit diesen Events hier selber zu arbeiten, dann kannst du auch hier, dazu komme ich zu Tipp Nummer 5, mit diesem Velocity-Prozessor arbeiten und du kannst hier einfach Add und Scale einstellen. Ich gehe hier mal auf 100%. Was wir zum Beispiel machen können, ist, wir können jetzt hier diese Sache automatisieren. Wenn ich jetzt hier in den Ledge-Mode gehe, ich wähle also hier und das kannst du nur auswählen, wenn du den Velocity-Prozessor anhast, einfach Velocity Add und jetzt kann ich hier meine Automation einzeichnen. Zum Beispiel, ich mache jetzt hier einen Punkt und ich könnte jetzt hier auch das Crescendo hier machen, wie ich es vorher hier auch gemacht habe, dass er leiser anfängt. Das hier wird jetzt, wie bei allen MIDI-FX-Plugins, nicht dargestellt. Du siehst also, er wird jetzt hier leiser anfangen und ein Crescendo machen, aber du siehst es hier nicht, dass sich die Farben verändern im Piano-Roll. Im Gegensatz zu den anderen Methoden, die ich dir gezeigt habe. Sie ist auch hier am Add-Button, wie es lauter wird. Was hier bei dieser Methode jetzt der Vorteil ist, ist, zum einen kannst du natürlich jetzt das Live hier einzeichnen über den Ledge-Mode oder über den Touch-Mode. Dann könnte ich hier eine Velocity sozusagen jetzt auch live machen oder du kannst, wenn du gerne wie ein kleiner Picasso bist, ich weiß, dass manche, die malen auch so gern irgendwie ihre Automation hier ein, dann kann man das natürlich auch machen, je nachdem, jede Technik hat ihre Berechtigung, je nachdem, was du machen möchtest und kannst dann hier auch die Automation direkt so einzeichnen. Und so weiter. Je nachdem, was du gerne machen möchtest, was du bezwecken möchtest, ist es besser, mit dem MIDI-RX-Plating, mit dem Velocity-Prozessor zu arbeiten oder eben einfach hier über das Automationsfenster, das zweigeteilte Automationsfenster im Piano-Roll-Editor. Jetzt interessiert mich sehr deine Meinung. Wie programmierst du deine Software-Instrumente hier im Piano-Roll? Hast du dieses zweigeteilte Fenster oder den Velocity-Prozessor dafür schon mal verwendet? Oder bist du vielleicht umständlichere Wege gegangen und hast dir alle MIDI-Events hier einzeln eingezeichnet, einzeichnen müssen? Was natürlich viel, viel umständlicher ist. Und wenn nicht, falls das jetzt hier neu war, wirst du versuchen, diese Techniken anzuwenden. Das interessiert mich sehr. Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Schick dir wie immer oder ab jetzt wieder viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann.